Am Samstag, den 2. Mai 2015, in der ASV-Halle in Dachau ist es soweit. Petcos LMS Fight Night Der ehemalige WBA-Weltmeister Firat Arslan steigt wieder in den Ring. Außerdem trifft Toni Kraft auf Atta Dogan. James Kraft boxt Janus Jola. Und WBC-Europameister Shevat Isofi kämpft gegen Achilles Sabo. Petcos LMS Fight Night am 2. Mai 2015, in Dachau. Petcos Lileen Untertitelung des ZDF, 2020